Die Schlacht von Yashima fand am 22. März 1185 zum Ende des Genpei-Krieges statt. Hier hatten sie eine Festung und einen improvisierten Palast für den minderjährigen Kaiser Antuku und die Throninsignien Japans, die sie früher im Jahr in ihren Besitz bringen konnten. Minamoto no Yoshitsune, der nach einer Pause von einigen Monaten in den Auseinandersetzungen von Kyoto aufbrach, traf in Shikoku mit einer kleinen Streitmacht von nur etwa 100 Mann ein. Die meisten seiner Schiffe waren in einem Sturm am Tag zuvor zerstört worden oder verloren gegangen. Er wurde jedoch durch einen alliierten Kajiwerikagetoki mit Nachschub versorgt. Die Taira erwarteten einen Seerangriff, daher ließ Minamoto no Yoshitsune auf Shikoku im Rücken des Feindes Feuer anzünden, um die Taira glauben zu machen, dass eine große Streitmacht sich von Land nähere. Diese gaben Festung und Palast auf und zogen sich mit dem Kaiser und den Thronregalien auf ihre Schiffe zurück. Danach kam es zu dem bekanntesten Ereignis in der Geschichte des japanischen Bogenschießens. Bei dem Nasuno-Yuchi einen von den Taira am Mast eines Schiffes befestigten Fächer mit dem ersten Schuss traf. Die Minamoto hatten zwar die Schlacht gewonnen, aber die Mehrheit der Taira konnte per Schiff nach Denoura entkommen, wo sie etwa einen Monat später in der Schlacht von Denoura endgültig besiegt wurden. Die Schlacht von den Schlacht schiefen gebrauchen.